Völklinge Völklinge, die machen was. Die wollen mit Gewalt und Tanten. Wir sind in Völklinge, ach wie komme, das ist der Unterschied zu den anderen alle gar. Ach, das war doch schön. Es ist kein Problem, aber es war so schön. So ein freier Blick hat man noch nie gehabt. Alles weggeholzt. Alles, hier hinter der Tribüne ist alles weg. Jawoll. Anscheinend, hier war früher der andere Ingang. Jawoll. Hier war der andere Ingang früher. Auf jeden Fall ist alles weggeholzt, damit hier rundherum schon so weit weg ist, damit es richtig losgehen kann. Und die Bäume, die kommen demnächst weg. Auf der anderen Seite, hinter der Tafel ist auch alles gerottet. Bagger da drüber. Bagger da hin. Die ganze Rundum-Arbeit anzunehmen. Ah, hier sind sie durchgekrabbelt. Gehen die laufend nachts da rein. Und hier sind sie durch. Hintergedreht. Oh. Cool. Langsam aber, das sieht jetzt richtig traurig aus. Ei, mein Herz. Imposantes Teil. Ah, die Wolken sind tief. Da hinten ist die kleine, die Petite Longe. Oder wie das heißt, ist mir scheißegal. Was haben wir denn da alles? Nix mehr. Tanf Stretching, alles weg. UNTERTITELUNG